Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Corona Kompakt, heute wieder aus dem Rathaus und wir haben heute gute Stimmung mitgebracht. Wir haben ja oftmals auch schon mit Bauchschmerzen hier gestanden. Heute gute Stimmung. Herr Dr. Georg Schneider steht uns wieder mit Rat und Tat zur Verfügung, denn die gute Stimmung kommt nicht von ungefähr. Ich habe die Inzidenzzahlen hier nochmal mitgebracht. Teilweise waren sie mal an die 300 und dann ging es nach unten und inzwischen sind wir seit mehreren Tagen bei 0,0. Das heißt seit über sieben Tage keine neuen Fälle hier in Höbelhof. Herr Dr. Georg Schneider, Sie haben den Satz geprägt, Impfen hilft und es hat sich gezeigt, Impfen hilft tatsächlich. Wie läuft zurzeit in Ihren Praxen? Ja, Impfen hilft tatsächlich, das haben wir immer gesagt. Wir sehen das jetzt ja auch im bundesweiten Trend. Wir sehen es in NRW. Wir sehen es aber besonders im Kreis Paderborn und natürlich auch bei uns in der Gemeinde. Je mehr Erst- und Zweitimpfungen in der Bevölkerung verabreicht worden sind, prozentual 14 Tage später gehen die Inzidenzwerte runter. Es liegt aber auch am Lockdown, den wir hatten. Es liegt auch weiter an den Abstandsbeschränkungen. Es liegt weiter am Maskenschutz. Wir haben erst knapp 50 Prozent der Bevölkerung erst geimpft. Wir haben im Kreis Paderborn einen kleinen Vorsprung im Landesvergleich NRW. Wir liegen gut. Wir brauchen mehr Zweitimpfungen. Der Impfstoff ist momentan knapp. Wir machen zwei Drittel Zweitimpfungen in der Praxis, ein Drittel Erstimpfungen von 300. Wir verimpfen in der Woche 200 Zweitimpfungen, 100 Erstimpfungen. Wir brauchen noch ein paar Wochen und dann wird es noch besser. Wie läuft so eine Impfung bei Ihnen in der Praxis ab, wenn Sie sagen, Sie haben um die 300 Impfungen? Wir haben so einen festen Terminplan. Die Leute werden im 30 Minuten Rhythmus einbestellt. Dann wird die kurze Impfaufklärung gemacht. Es muss die Bürokratie gemacht werden. Das Impfbuch muss ausgefüllt werden. Es muss das Klebchen reingemacht werden. Dann wird desinfiziert. Dann wird geimpft. Wir haben eine kurze Wartezeit von 15 bis 20 Minuten bei der Erstimpfung, etwas weniger bei der Zweitimpfung und schaffen durch die Räumlichkeiten einiges dann weg. Ja, Sie sagen, der Impfstoff ist knapp und gleichzeitig ist jetzt ja die Freigabe gekommen für alle. Impfmöglichkeiten sind gegeben. Impfstoff ist aber nicht da. Gleichzeitig hat jetzt dort die Bundesregierung beschlossen, zusammen mit dem Ministerpräsidenten, dass auch Kinder die Möglichkeit bekommen sollen, geimpft zu werden. Hier gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, auf jeden Fall. Die anderen sagen, wartet noch ein wenig ab. Da gibt es noch nicht genug Studien drüber. Wie würden Sie dort mit diesem Thema derzeit umgehen? Wenn die Eltern auf Sie zukommen, impfen Sie doch mal ein zwölfjähriges Kind. Ja, es ist so. Wir haben gestern die Veröffentlichung der STIKO, der Ständigen Impfkommission bekommen. Die orientiert sich an wissenschaftlichen Daten, an Zahlen, an Berichten aus anderen Ländern. Es gibt wenige Studien für Kinder von zwölf bis 15. Ab 16 dürfen wir ja bereits impfen. Die Studienlage ist relativ mau. Wir haben eine Studie mit 1.100 Kindern. Da ist es bei 1,3 Prozent zu Nebenwirkungen gekommen. Wir müssten 100.000 Kinder von zwölf bis 16 impfen, um einen schwersten Verlauf, möglicherweise einen Todesfall zu vermeiden, anhand der jetzigen statistischen Daten. Das mag sich irgendwann ändern. Deswegen hat die Ständige Impfkommission gesagt, wir geben keine generelle Impfempfehlung raus, sondern wir unterteilen das in zwei Gruppen. Zusätzlich kommt noch eine berufliche Gruppe da hinzu. Da gehe ich gleich darauf ein. Wir haben einmal eine Indikationsimpfung. Da geht es darum, wenn man wirklich im Alter von zwölf bis 15 Jahren an schwerer Adipositas, also schwerem Übergewicht, an angeborenen Immunerkrankungen, an angeborenen schweren Herzfehlern, an Herzinsuffizienz, pulmonaler Hypertonie, chronischen Lungenerkrankungen, chronischen Nierenerkrankungen oder auch an schwerem Diabetes mellitus, also der Zuckererkrankung oder auch an kindlichen Tumorerkrankungen leitet. Dann soll eine Impfung nach Absprache mit dem behandelnden Kinder- und Jugendarzt durchgeführt werden. Die zweite Gruppe ist bei Kindern, deren Eltern nicht geimpft werden können, weil sie an Erkrankungen oder an immunsuppressiven Maßnahmen gebunden sind, um keinen Impfschutz zu bekommen, dass man die Kinder impft, um die Eltern zu schützen. Das sind diese beiden Gruppen. Man muss es immer mit dem behandelnden Kinder- und Jugendmediziner absprechen. Die Impfbereitschaft liegt in Studien der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein bei ungefähr 50 Prozent in der Gruppe der 12- bis 15-Jährigen. Die generelle Empfehlung, wie wir sagen, Tetanus, Diphterie, Kinderleben und Keuchhusten, Rotaviren, hat die ständige Impfkommission anhand der jetzigen Daten nicht gegeben. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung, die von den Erziehungsberechtigten bis zum 16. Lebensjahr, ist klar, und dem behandelnden Kinder- und Jugendmediziner gemacht werden muss. Die letzte Indikation ist eben die berufliche Indikation. Da haben wir jetzt auch einige. Die sind 15 Jahre und 10 Monate oder 15 Jahre und 11 Monate. Die fangen ihre Ausbildung in der Bäckerei an. Die fangen ihre Ausbildung im Maschinenbau an. Die fangen ihre Ausbildung im Lebensmittelbereich an. Die gehören in die Gruppe derer, die beruflich exponiert sind, die zusammen Pausen machen müssen oder die Kontakt zu Kundschaft haben, die jetzt auch geimpft werden dürfen. Denen würde ich auf jeden Fall auch ein Impfangebot machen. Sollte dann trotzdem ein Kind oder ein Jugendlicher an Corona erkranken, welche Krankheitsverläufe haben Sie da bislang beobachtet? Also die Verläufe sind ja deutlich niedriger. In Nordrhein-Westfalen haben wir ungefähr 180.000 Fälle in der Gruppe der 12- bis 16-Jährigen gab. Davon waren 18.000 im Krankenhaus. Aber es waren nur 18 Patienten auf der Intensivstation. Ein Todesfall hat es nicht gegeben. Das spiegelt so ein bisschen die Relationen wieder. Die Todesfallstatistik ist in ganz anderen Altersklassen anzusiedeln. Und deswegen sagt man eben, als STIKO muss man sagen, der Nutzen einer Impfung muss höher sein als eine mögliche Nebenwirkung. Das kann die STIKO momentan noch nicht absehen und deswegen empfiehlt sie es nicht. Daher weiterhin Zurückhaltung. Wir sprachen gerade das Thema Impfbereitschaft insgesamt an. Wir hören jetzt, dass dadurch, dass die Folgewirkungen von den Corona-Erkrankungen immer weiter zurückgehen. Kaum noch Erkrankungen mit schweren Verläufen. Jetzt auch die Bereitschaft zurückgegangen ist, sich impfen zu lassen. Wie gehen wir mit dem Thema um? Wie können wir jetzt verstärkt nochmal auch diejenigen, die bislang noch nicht geimpft worden sind und auch nicht impfwillig sind, davon überzeugen, es trotzdem zu tun? Ja, also das ist ganz, ganz dringend, dass man nochmal einmal darauf hinweisen muss. Herr Drosten hat das letzte Woche getan. Ganz wichtig ist, halten Sie die Termine für die Zweitimpfung ein? Wir haben ja einen zwölf Wochen oder vier bis zwölf Wochen Rhythmus bei den Vektor-Impfstoffen. Wir haben einen sechs Wochen, drei bis sechs Wochen Rhythmus bei den mRNA-Impfstoffen, also bei Moderna oder BioNTech-Pfizer. Halten Sie die Zweitimpfung ein? Die Zweitimpfung sorgt zum einen dafür, dass man noch einmal mehr Antikörper zu ja wirklich schon einer guten Antikörperausbeute bekommt, aber eben auch, dass der Impfschutz länger hält. Wie lange das sein wird, ob nachgeimpft werden muss und wann, weiß ja im Moment auch noch keiner. Ganz, ganz wichtig, wer die erste Impfung hat, bitte die Zweitimpfung nehmen oder eben, wenn die Indikation passt und der Impfstoff demnächst in ausreichender Menge da ist, gehen wir gleich darauf ein, auf einen Vektor-Impfstoff von Johnson umsteigen und die Einmalimpfung durchführen. Die Zahlen zeigen eindeutig, dass der Erfolg durch die Impfung neben Lockdown, neben Kontaktbeschränkungen, neben Maskenschutz, der ist auf die Impfung zurückzuführen. Viele andere Länder wären glücklich. Wir haben in Deutschland die Situation, wir haben vier verschiedene Impfstoff aus, den wir wählen können. Das wird auch nicht so weitergehen können. Wir müssen global impfen und hier muss jeder sich impfen lassen, damit wir eine Durchimpfung von 80 Prozent kriegen und in die Gruppe der unter 15-Jährigen vielleicht gar nicht so intensiv eindringen müssen. Das heißt, nach der ersten Impfung habe ich eigentlich schon einen großen Schutz. Ich muss mir nicht mehr so viel Sorgen machen, aber dieser Schutz hält dann nicht so lange an, als wenn ich die Zweitimpfung auch bekommen hätte. Ja, ganz genau, das ist so. Wir frischen ja andere Impfungen auch auf. Tetanus-Difterie beispielsweise oder auch Mumps, Masern, Röteln. Es soll zweimal geimpft werden, wenn es sich nicht um den Johnson-Impfstoff handelt, damit wir erstmal einen langen Zeitgewinn haben, bis wir wissen, wann wir eventuell eine erneute Impfung brauchen. Und da sind wir auch schon beim Thema Johnson-Impfung. Wir haben ja derzeit eine Knappheit beim Impfstoff. Viele Erstimpfungen müssen noch auf sich warten lassen. Und Sie haben jetzt eine besondere Idee ins Rennen geworfen, damit wir in Hövloff auch diejenigen jetzt erreichen können, die dringend auf eine Impfung warten, die jetzt zurzeit keinen Termin im Impfzentrum im Salzkonten bekommen, aber auch die Hausärzte diese Personen derzeit nicht versorgen können, weil einfach nicht genug Impfstoff da ist. Wie können wir diesen Personenkreis jetzt helfen? Ja, die Impfdosen werden ja an die niedergelassenen Arztpraxen genau nach Schlüssel verteilt in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten sehr viele erste Impfungen mit Biontech gemacht und mit Astra, hatten also auch sehr viele zweite Impfungen mit Biontech und Astra, haben aber ausreichende Mengen auch von Johnson & Johnson in der letzten und in der kommenden Woche bestellen können. Das heißt, wir haben noch mal ungefähr 400 bis 500 Impfdosen Johnson & Johnson da, die wir im Ort an die Hövloffer Bevölkerung bei Astra-Indikation verimpfen können, genau wie auch das gemacht worden ist damals mit der Astra-Aktion, die ja damals vom Land gemacht worden war. Die Impfaktion soll noch einmal im Schützen- und Bürgerhaus stattfinden und wir haben noch ungefähr 300, 400 Plätze frei. Es geht um Männer ab 18, es geht um Frauen ab 50. Das ist bei einer Impfaktion, die man dann öffentlich macht, die gleiche Diskussion mit dem Vektor-Impfstoff, wie wir sie auch hatten bei Astra und Zeneca. Natürlich können sich auch Frauen im jüngeren Alter mit Johnson & Johnson nach individueller Aufklärung in der Praxis impfen lassen. Das ist auch kein Problem. Es wird weiter den Impfstoff geben. Bei so einer Aktion muss man sagen, da müssen die Impfdosen relativ zeitnah verimpft werden, dass es zeitlich begrenzt ist und wir möchten eben auch vielen die Möglichkeit geben, die ja auch gar keinen Hausarzt haben. Es haben ja nicht 17.000 Hövlofer einen Hausarzt. Es wird eine große Gruppe sein, die keinen Hausarzt hat. Da muss es sich rumsprechen, dass man trotzdem geimpft werden kann und nicht irgendwo auf eine Liste kommt. Jeder Arzt sagt, ja wir machen zurzeit nur unsere eigenen Patienten. Da müssen wir jetzt noch mal das Impfangebot erhöhen und das machen wir mit einer gemeinsamen Aktion nächste Woche. Das ist Hövloff. Das ist auch Ihr Verdienst. Am 18. Juni soll dieser Impftermin sein. Freitag, der 18. Juni von 13 bis 16 Uhr im Schützen- und Bürgerhaus und all diejenigen, die sich dafür interessieren, können sich anmelden über unser Online-Portal, das wir am kommenden Montag, dem 14. Juni freischalten. Ab 9 Uhr können Sie sich eintragen in unserem Portal. All diejenigen, die genau diese Voraussetzung erfüllen, die Dr. Schneider gerade erwähnt hat und die ihren Wohnsitz in Hövloff haben, sind berechtigt, sich hier einzutragen und haben dann auch die Chance, eine Impfung zu bekommen mit Johnson & Johnson am 18. Juni. Und Herr Dr. Schneider, ein Pieks reicht in diesem Falle. Und dieser Pieks reicht dann dafür, dass ich nach wie vielen Tagen auch vollen Immunschutz habe? Also ein Pieks reicht. Es ist auch veröffentlicht auf den Seiten vom Robert-Koch-Institut. Auch hier gilt, 14 Tage nach der Impfung, also am 15. Tag, habe ich mein Impfbuch, gelte als durchgeimpft. Die maximale Ausbeutung an Antikörpern habe ich beim Johnson & Johnson-Impfstoff am Tag 28. Es gelten sowieso weiter alle Schutzmaßnahmen. Ist eine gute Sache. Also wer in Urlaub noch fahren möchte, kurzfristig und auch ein Impfbuch dabei haben möchte, mit einem Pieks Johnson & Johnson am 18. Juni sind Sie dabei. Wir kommen zum digitalen Impfpass, Herr Dr. Schneider. Gerade ganz aktuell auch auf den Markt geworfen. Es soll jetzt dort neue Möglichkeiten geben, dass man seine gelbe Impfbuchbescheinigung jetzt auch digitalisieren kann. Wie soll das laufen? Ja, Herr Spahn hat das ja gestern vorgestellt in der Bundespressekonferenz. Alle Ausführungsbestimmungen sind noch nicht da. Es scheint sich abzuzeichnen, dass es ein Zwei-App-Modell gibt. Zum einen haben wir ja die Corona-Warn-App. Da wird es ein Update geben, was man über die Stores je nach Anbieter runterladen kann. Dann wird es darüber funktionieren. Es wird auch noch eine neue App geben, die CovPass-App, also Coronavirus-Pass-App. Und dann ist es so, dass entweder in den Impfzentren alles, was ab heute oder morgen geimpft wird oder in den Praxen, dass ein Barcode erstellt werden kann, der dann direkt personengebunden eingescannt wird. Alle, die bis jetzt geimpft sind, sollen von den Impfzentren eine Bescheinigung bekommen oder auch von den Praxen, wo es im Impfbuch drinsteht, sich dann an eine Apotheke wenden. Die Apotheke generiert gemeinsam mit dem Personalausweis und der vorliegenden Impfbescheinigung einen QR-Code und der kann dann in das Handy entweder über die Corona-App oder über die CovPass-App übertragen werden. Ich habe gestern mit allen drei Apotheken im Ort gesprochen. Es machen auch alle Apotheken mit. Es ist genau wie, als Herr Spahn sagte, ab Montag fällt die Impfpriorisierung weg. Jetzt wird gesagt, ab Montag können wir alles digital kriegen, wie die Luca-App und dann einfach losgehen und vorzeigen. Das wird auch ab Montag nicht klappen. Das werden die Apotheken nicht schaffen. Das wird logistisch nicht gehen. Es müssen Scanner gemacht werden. Es müssen Etikettendrucker bestellt werden. Es wird was dauern. Es ist kostenlos für die Bevölkerung. Es wird jeder, der möchte, auch seinen digitalen Impfpass kriegen. Genau wie jeder, der möchte, geimpft werden kann. Aber eben nicht alle am Montag und nicht alle sofort. Da muss man auch wirklich appellieren, warten Sie eine Woche zu. Die Apotheken gehen auch am Limit. Auch da gelten noch Abstandsregeln. Auch da dürfen wir nicht dafür sorgen, dass da auf einmal 100 Menschen im Warteraum stehen. Auch hier zeigt es mal wieder, dass Deutschland es schafft, sehr demokratisch diese Dinge anzugehen, sehr kompliziert dort auch für Ausstattungsmöglichkeiten zu sorgen. Aber auch damit haben wir in den letzten Monaten leben müssen und auch leben können. Wir sagen noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Wir sind geimpft. Müssen uns weiter testen lassen? Also wir müssen uns ja nicht testen lassen. Wenn wir geimpft sind, 14 Tage, ab Tag 15, müssen wir uns nicht mehr testen lassen. Es langt ja auch teilweise, wenn ich ins Altenheim gehe oder in andere Dings. Ich zeige mein Impfbuch vor oder ich zeige vor, dass ich genesen bin. Das ist alles gut. Wir müssen uns nicht testen lassen. Wenn wir uns nicht testen lassen, besteht immer die Gefahr, dass wir natürlich unbemerkt uns infiziert haben können. Wir können in der Regel uns selber nicht mehr schwer erkranken. Wir können auch in der Regel nicht ausreichend Viruslast weitergeben, um andere über einen langen Zeitraum schwer anzustecken. Wichtig ist es, dass man trotzdem sagt, ich lasse mich trotzdem testen. Ich möchte Sicherheit haben. Wir müssen gucken, wo Sprieder sitzen, wo Menschen sitzen, die unerkannt rumlaufen, andere anstecken. Es dient der Kontaktnachverfolgung. Lasse ich mich testen? Bin erschrocken? Oh, dann wird gefragt, mit wem warst du in den letzten Tagen in Kontakt? Aha, und da kann man immer noch mal Leute isolieren, die sonst wieder viele andere anstecken würden. Das Testen wird uns noch eine Zeit begleiten. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir zwei Testangebote in Höfloff haben. Einmal auch ein bisschen niederschwelliger hier bei uns an der Kirche für alle, die nicht ständig digital unterwegs sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt zusätzlich Sicherheit. Wir testen ja im Moment auch noch nicht, das können wir auch nicht machen, wie der Impferfolg ist. Wie viele Antikörper habe ich? Wie lange halten Sie? Es dient der Sicherheit und es dient immer noch der Kontaktnachverfolgung. Und wenn die Tests negativ sind, umso besser. Auch ein Erfolgsrezept in Höfloff neben der Maskenaktion. Auch unsere Testzentren werden sehr, sehr stark in Anspruch genommen von den Höfloferinnen und Höfloffern. Auch dafür ein Dankeschön, dass sie dort sich regelmäßig testen lassen. Und jetzt ein Ausblick noch ein wenig weiter. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, auch auf die Herbstzeit, auf die Festivitäten, auf die wir alle wieder warten. Wir wollen in Kontakt treten mit den Menschen. Wir wollen auch wieder gemeinsam, gesellig uns unterhalten. Ab dem 1. September sollen ja Großveranstaltungen wieder möglich sein. Und wie es gerade so sich fügt, am Anfang September haben wir unser Erntedankfest in Espel. Kurze Zeit später ja dann auch unser großes Höfelmarktfest. Wenn alles gut geht, die Inzidenzen so bleiben, sieht es auch tatsächlich so aus, dass, wie Sie schon prognostiziert haben, wir auch diese Festivitäten angehen können. Ja, ich glaube, die Inzidenzen werden nicht so bleiben. Wir werden immer mal wieder einen Anstieg haben. Wir werden immer mal wieder positive Fälle haben. Wir müssen sehen, dass wir unter 35, am liebsten unter 20 Inzidenz bleiben. Es hängt immer von der Veranstaltung ab. Wir haben das immer gesagt. Wir haben im Kreis Paderborn keine Infektionen außerhalb von geschlossenen Räumen. Nur in geschlossenen Räumen. Außerhalb von geschlossenen Räumen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen ein Hygienekonzept haben. Wir brauchen eine natürliche Belüftung. Wir müssen viel mehr draußen machen. Das sind beides Veranstaltungen, die mit entsprechendem Konzept, die auch mit entsprechender Belüftung gehen werden. Es sind zweieinhalb Monate noch bis zum Erntedankfest. Es sind dreieinhalb Monate bis zum Oktoberfest. Da müsste man was auf die Beine stellen. Da kann man auch noch einiges organisieren. Tröpfcheninfektionen reduzieren, Aerosole reduzieren und natürlich viel an der frischen Luft machen. Ich sehe das nicht negativ. Wir werden damit leben und wir werden noch wieder gemeinsam feiern. Herziges Dankeschön, Dr. Georg Schneider, für Ihre Ratschläge, aber auch für Ihre große Impfbereitschaft hier in Höhlhoff. Viele Menschen sind Ihnen sehr, sehr dankbar dafür, dass sie diese Möglichkeiten auch bieten. Und wir bedanken uns herzlich auch bei Ihnen fürs Zuschauen und wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie munter. Bis demnächst auf den Festivitäten in Höhlhoff.